Und nicht alle verrecken? Ja, ja, bleib du mal. Ja, okay, dann nehm ich doch Stopp-Shield, Alter. Selbstverteidigung, du leuchtest und ich mach Schild. Wir haben sowieso schon gefüllt, mehr als genug Geld gerade erstmal. Ja, ja, also falls wir sterben, ist es aus. Ich sollte meine Taschenlab ausmachen, so. Also warte mal, es war einfach geradeaus und dann glaube ich... Links. Links. Ja, da, wo du hergekommen bist. Und dann einfach wieder geradeaus. Ja, warte, ich hab keinen Ausdauer mehr. Das Schild ist irgendwie ganz schön schwer. So, wir müssen nicht schnell machen. Das Ding ist, wenn ich so eine Leiche trage... Ich weiß nicht, war das hier? Du darfst nicht... Oh mein Gott, der... Scheiße. Scheiße. Ja, ich weiß nicht. Sag mir nicht, die sind weggeflogen. Sag mir nicht, die sind weggeflogen. Man darf sich bei dem Weg nicht bewegen. Man darf nichts machen. Jetzt sieht das aus, als würde ich nicht mehr leben. Ja, Jan ist tot. Ja.